hallo und willkommen zu einer ganz sehr als einem ganz schnellen video ja deswegen auch ohne facebook video wirklich schnell geht und zwar eilmeldung diese kleine holz cutter maschine ist fertig sagen wir mal so na gut ich muss werden auch einmal ein weg zurücksetzen werdet ihr gleich sehen was ich meine wir können uns kurz die animation anschauen ich wollte jetzt nämlich auch mal ein ganzes video machen also doch ich mache jetzt extra ein ganzes video weil diese animation wirklich nerven geraubt hat ja ich würde sagen schaut euch sie erst mal an kurz zur erklärung was hier passiert der stamm hier vorne der wird jetzt hier reingebracht wird ein einzeteil ist versägt da und wird dann hier von dieser säge noch mal in holzplanken verwandelt müsst ihr euch vorstellen diese säge ist eher so seitlich die tut dann einmal in der mitte die durcheinander sehen und die hier tut das dann in holzplanken sägen ja genau dann kommt ihr am ende auch mal eine animation wie das holz dann weggestapelt wird und das war es auch von diesem video schon ich weiß es ist wirklich sehr klein ich wollte ich habe unbedingt eben schnell diese animation zeigen ja deswegen freut euch auf die nächste teilnetz die bald kommen wird macht's gut und schau euer mitgemer